So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance. Supreme Commander. Wir machen heute mal wieder seit längerem eine Survival Map, und zwar die Survival Light 2A. Wie geil ist das denn, alle Fraktionen sind dabei. Und zwar seht ihr hier, wir sind einfach in der Mitte. Es geht darum, dass außen gibt es, wie heißt die Nummer? Quantum Gates, die wir zerstören müssen. Und dabei entstehen halt Waves, so wie üblicherweise. Sebastian, Mike und Hatice. Dexter, warum gehst du weg, es tut so weh. So. Ne, jetzt bitte aber nicht, dass wir da hinten kommen und irgendwie bei dir was hören. Naja, ich muss grad mal die Jugendgeschütz-Print eintragen. Ja, aber trotzdem, wir machen hier gerade ein Video. Ja, das geht da ganz schnell. Ist mir egal. So, eben kurz Schokolade aufmachen. Nein, du tagst direkt auf dann den Commander, ne? Ja. Aber ich stell ihn halt vor, meine Base. Ja, mach ich ja jetzt auf, Alter. Und dann brauchst du gar nichts. Richtig. Dann warte ich, bis er mit irgendeinem Greiner-Grey-Welly ist. Und dann brauchst du gar nichts. Das ist halt Sto, wenn wir zusammen das machen. Wieso? Nun, du siehst doch gar nichts. Äh, Sebastian, links. L. Ah, okay, du hast Tag 2 schon. Ja. Du! Tag 2 in der Mitte. Oh, wow! Oh, wow! Ich muss vielleicht mal ein Gun-Up-Greater, damit es alles klingt. Ich bin auch gleich fertig. So. Und jetzt rechne ich mich nicht rein. Und was produzierst du jetzt mit? Ja, jetzt gehe ich ja mit dem Commander ein bisschen auf die Arzt hier. Und jetzt gehe ich ja mit dem Commander ein bisschen auf die Arzt hier. Und jetzt gehe ich ja mit dem Commander ein bisschen auf die Arzt hier. Oh! Oh! Oh Mann, ey! Wir brauchen direkt ein TR! Wir brauchen direkt einen TR! Oh Mann ey, wir brauchen direkt einen TR! Direkt einen Tag 3! Okay? Ich bin auf der Ball. Ich bin auf der Ball. Oh, ich habe drei Bricks bekommen. Drei. Oh, ich habe drei Bricks bekommen. 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 Oh, Poliziers! Ist das in Ordnung bei dir gerade? Den macht's nicht. Oh oh, Lenkraketen! Bander, unter attack! Stab! Fuck! Was denn so blinkt? Der Kreikanonenboot! Ja! Hat T-Shirt kommt einiges, ja? Der Kling ist jetzt da, aber irgendwie schon hin, ne? Ach du, ihre scheiß Art, die da hinten, ey! Da kommt zwei Einheiten oben. Kannst du mich aber? Ich muss da links hin! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich hab alles verloren, allerdings. Okay. Meine beiden ACUs kümmern sich drum. Kann man sie auch aufzeigen? Na klar, die kannst du sehen. Nur, nur, die machen ja. Sebastian? Ja, ich geh zurück. Jetzt aber schnell. Komme. Oh oh, mein Comaner muss ganz schnell stürzen. Ja, haben beim Rüpp alles. Ich bin in der T2 Luft hier. Ah, nicht weit oben bei mir. Was heißt denn Amt Hargutable Techniker? Weiß keiner, ne? Ne. Alter. Alter. Der nach rechts ziehen, Mike. Der nach rechts ist weg. Der nach rechts ist gestorben. Stimmt. Wir sind nicht gegen das. Wir sind nicht gegen die Welt. sondern auch, dass wir was zerstören Ja Oh, Arti Ja Ja Jetzt mit dem Hochtecken nicht hin Lass einfach upgraden Einfach anklicken Muss ja nicht unterstützen Einer da oben ist Ja Was ist denn ein Donut? Ja, der wird immer sofort abgeschossen Ach, wie auch immer Mike, was ist denn ein Donut? Ja, wir sind ja total in die Hunger Was? Das war jetzt wahrscheinlich keine Oder das war selten Schon klar Was ist denn, du bist gerade in so einer Phase, wo du keine Einheiten hast, ne? Ja Scheiße Da kommt mein Commander auf die zu oben Da kommt mein Commander auf die zu oben Wieso kann ich keine Spinne bauen? Ja Der wird jetzt hier explodieren Das sind doch Vyprin, oder nicht? Mike, warum kann ich keine Spinne bauen? Wir sind schon kidding Wir sind schon kidding Der Commander kann das nicht, ne? Achso, ja dann Habe ich noch einen Commander bekommen? Ja Wie viele Commander bekomme ich denn? Oh shit Scheiße, wir werden hier gerade von der... Wie war's denn? Hier oben ist eine Artillerie, die auf uns schießt Gah Ich geh mir mal ein bisschen mit Leinheiten hoch Ich geh mir mal ein bisschen mit Leinheiten hoch Ich geh mir mal ein bisschen mit Leinheiten hoch Scheiße, ey, meine ganzen Bricks sind tot Ich bin ja vier Commander, ey Hump some Ich geh mir mal ein bisschen mit Gauss Ich kämpft hier gerade bei der mobilen FLAG Ich helfe gerade bei der mobilen Fabriksch queria Oh oh Du musst ja kaputt sein, ne? Habe ich noch irgendwas bekommen? Noch ein Commander oder so? Ich verlese dann mal den Überblick der 3. Der 3 Commander hat 4, wenn ich glaube ich den dann. Na, schon wieder ne Artillerie. Ja, theoretisch spielt er ne Artillerie. Oh, hier unten geht es jetzt so ein bisschen heikel. Oben ist auch wieder ne Artillerie. Wir müssen mal hoch, weil das Schild ist schon sehr geschädigt. Keine Chance. Okay, der Tech-UF-20, wir sind jetzt noch gleich durch den Robite Fabrik fertig. Robite Fabrik ist fertig. Aber schießt die vorbei? Nee, die trifft schon. Die eine in vorne ist kaputt. Okay, wir machen mal als allererstes mit dem Teil oben einfach das Ding kaputt. Okay? Aus der Entfernung. Komm, wir können hier das ganze Ding aufsaugen. Ey, du hast es schon wieder an. Commander ist noch... Schon wieder einen bekommen? Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube ich das, wo ich es nicht bekomme. Wo steht der denn jetzt? Wenn ich jetzt bekommen habe, wo steht der denn? In der Regel direkt neben deinem Commander. Ja, da steht doch einer. Wir müssen das so ein bisschen aufpassen, weil jetzt hier... Sebastian? Was mit deiner SU? Ja. Wir laufen da gerade... Da ist keine... Nichts-Verteidigung dabei. Ja. Nee, der SU muss jetzt gar nicht mehr, glaube ich. Jetzt brauchst du nur noch Einheiten-Spam. Alter, wie viel hält denn das Ding da oben aus, ey? Wo ist denn meine... Unter dem... Ah! Viel zu nahe gefahren, viel zu nahe gefahren! Ey, was schießt du denn so krass? Warum fährst du denn so nah dahin, ey? Wahnsinn. Oh, wo schießt das so... Schießt etwas so krass. Alter, wie viel hält denn das Ding aus, ey? Das ist ja übel. Ja, das geht doch jetzt schon kaputt. Wir sollten doch eher noch Luftverteidigung mitnehmen, Sebastian. Oh, oh. Wo schießt der denn hin? Der muss ja da gar nicht schießen. Ich soll weiterhin schön da einen Ball an da oben machen. Sehr schön, Mike. Hä? Ich glaube... Aber wie? Was ist denn da eigentlich hier? Das ist nicht mein Ding gewesen. Ich glaube, das war einer meiner... Ach so. Wir müssen da oben... Irgendwas kriege ich hin. Das ist kein Problem. Oh, mein Ding fällt hier, Sebastian. Wo ist denn da jetzt alles? Was? Das Ding war doch nicht im Arsch. Hm. Leider nicht. Oh, ey. Endlich. Ja, das ist doch halt im Arsch. Perfekt. Matichi, du brauchst die ganze Zeit die falschen Bots. Die Bricks? Du musst die... Anderen nehmen. Ach so. Oh. Ich dachte, das wären die Bricks. Scheiße, ich Idiot. Ja, da kommt eine Spinne, genau. Boah, ich bin ganz sauer. Alter. Guck dir mal meine Bots an, ey. Deine Bot-Armee, die ich hier hab. Geil. Freibots. Ach, Alter. Das hoche und Ich bin hier mit. das ist doch mal geil oder alle drei mit im schild alle drei total krass ausgestattet das ist richtig geil hier gerade gewesen was ist mit meiner grafikkarte denn los irgendwas stimmt da schon wieder abgestürzt oder was egal, verlieren wir jetzt kurz den Mic aber wir bringen es eben noch zu ende ja da muss man jetzt ganz ehrlich sagen wir haben also damit die leute die wissen die jetzt hier zu gucken wir haben uns schon zweimal gespielt haben uns zu testen die drei mal was gespielt und wir haben es einmal total locker geschafft auch in der ganz einfachen stufe dann haben wir jetzt genommen die viel zu heftig war und gerade haben wir noch mal die stufe auf der wir jetzt gespielt haben gespielt und dabei verloren das haben gesagt wir nehmen jetzt die nummer auf weil da haben wir eine chance gesehen dass wir gewinnen können das haben wir jetzt irgendwie gekriegt das ist schon geil mit dem dass du zwischendurch auch mal was geschenkt bekommt dadurch bist du motiviert ja das ist ein cooler modus ja auch wenn man hier glaube ich hast richtig viel spaß will sie immer schwerer machen kannst ja ich kümmer mich rauswerfen schmeiß mich mal raus ja schmeiß mich mal raus ja ich bin neben dem ascht tot ah dass der bot jetzt von mic da vorne weg ist der schon vor der basis steht wo es nach wenigstens noch alles kaputt doch schießt da jawohl weg sich in der verteidigung hat er noch weg der moment ey wie fett ist das denn bitte hoffe nicht dass merkt halt irgendwas kaputt gemacht hat noch für uns das war ein hunderttausender commander von denen hier meine drei guck mal ey das ist so geil meine drei Mann Army hier drei Mann Army inklusive mobile wo sind meine ganzen Techniker da oben Fabrik das ist höchsten Denn vielleicht zuvor habe ich keinen laser ich dachte ich hatte den laser ja guck mal dir, wie schnell die ankommen Einfach mal eben rüberrennen Und jetzt kommen die wieder und machen wieder ihren üblichen Job Na ist auch kaputt Gewonnen Oh Das ist jetzt so schnell, bei uns oben hat es so ewig gedauert Weil der Mike das ja wahrscheinlich schon vorbeschädigt hatte Achso Aber jetzt muss man mal sagen, haben wir das wirklich gut gemacht Letzter war auch der Daniel dabei, muss man natürlich auch sagen Also haben wir es eigentlich zu 5 gespielt gehabt Ne, dann werden wir diese Mat nochmal machen, die werdet ihr jetzt öfter sehen Und jetzt werden wir sie das nächste Mal in dem nächsten Schwierigkeitsgrad machen Jetzt haben wir 0,3 gehabt, jetzt werden wir das nächste Mal 0,5 machen Als Schwierigkeitsgrad Alles klar Leute und bis dahin Tschüss 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 Tschüss